Das wackelt hier schon ein bisschen, aber bringen tut es auch nix. Ja. Der Wächter könnte die Metallkugel sicherlich leicht bewegen, wenn er nicht komplett zerfetzt wäre. Tja, wenn wir jetzt Klon hätten, könnten wir den Wächter wieder heilen. Tja, also... Da fällt mir auch nix ein. Gehen wir hier irgendwie... Das heißt, die Maske von Malkare könnte jedenfalls lustige Niederländerung ungeschehen machen. Doch wie man diese Maske weckt, dann geschieht es unbekannt. Seid ihr trägt immer ein Rubin mit sich vorher kommt. Das ist unklar. Und den Rubin, vielleicht eine Inhaltung. Das bringt mich nicht. Der Almandin ge... Vielleicht können wir die Maske... Kann die Maske Tote erwecken? Meine Liebe, ich und die Maske, wir kennen uns gut. Aber so gut? Du hast keine Ahnung, was sie kann. Nein. Warum versuchen wir es nicht? Kann die Maske Tote... Meine Liebe, du hast keine... Nein. Das wäre grausam. Oh. Tja. Danke, Herrin, aber ich bin schon hibbelig genug. Was macht ihr da? Ich kann nichts erkennen. Ich wickel Verband zwischen deine Hörner. Warum? Das wirst du schon noch sehen. Einmal hat gereicht. Aha. Start mit Verband. Was für ein Mann ist... Einer mit Haarbändchen. Und jetzt hör auf zu... Was für ein Mann ist aus mir geworden? Einer mit Haarbändchen. Und jetzt hör auf zu heulen. Tja, vielleicht können wir auch... Was für ein Mann... Einer mit Ha... Und jetzt hör auf. Was für ein Mann... Einer mit... Und jetzt hör auf. Ein schöner Stein. Ja, er ist... Aber mehr muss... Interessant. Ich brauche etwas Spitzeres, um die Ö... Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung zu finden. Tja... Ja... Okay. Sprach hat versagt. Erst muss ich die Öffnung wiederfinden. Es ist, als wäre sie nie dagewesen. Ich hebe mir meine Kraft für den Krieg auf. Aha. Ich verstehe nicht ganz... Der durch scheint was zu bringen. Besser nicht. Ihr seid zu gut. Besser nicht. Ihr seid zu... Macht dunkel. Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung zu vergrößern. Das ist der durch. Was müssen wir auch machen, um es dunkel zu machen? Wollt ihr ihn wecken? Wir können es nicht mehr dunkel machen. Gehen wir einmal. Waren einmal zauber. Tja... 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 Können wir die Kette nochmal irgendwie benutzen? Benutzen... Mit dem Loch vielleicht? Das wird niemals ge... Nein. Nein. Sag doch nicht nein. Vielleicht können wir den Start mit dem Loch... Weiß nicht was das bringen soll, aber... Das führt doch zu nichts. Und das andere Loch... Ähm... Kläger hat die Weiß... Sprachsynchronisation verkackt... Aber Totenerweckung übersteigt sogar meine Fähigkeiten. Tja... Hm... Dann glaube ich... Warst du ganz gewaltig verkackt, oder? Ja... Erst riss ich mir die Hand auf, dann weckte ich einen Dämon. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. Hm... Hm... Ich bin vielleicht TAMO schon zigmal aktiviert. Da passiert nicht wirklich was. Der verkleidet nur ein bisschen... Soll das so sein, oder? Tja... Tja... Wächterreste... Ich bin ratlos... Was für ein Mann ist aus... Einer mit... Und jetzt... Was haben wir noch nicht gemacht? Das wird niemals gehen. Tja... Oh... Kann man hier noch irgendwas aufheben, oder so? Wächterreiste aufheben. Ob sich von nun an alle Wächter... Die Flammen seinen Augen sind heiß. Danke für die Informationen. Ob sich von nun an... Erst riss ich mir die Hand von nun an. Ich habe meine nichts und nie... Tja... Sie ist viel zu schwer, als dass ich... Der Wächter könnte die Metallkugel sicherlich leicht bewegen. Wenn er nicht komplett zerfetzt wäre... Das tut er nicht. Tja... Wir gehen langsam die Idee hinaus. Sie ist bereits im Loch... Google ist im Loch... Die Brüche gewandt... Ich kann den Spalt nicht mehr finden. Tja... Also... Ich brauche etwas... Erst muss ich die Öffnung... Erst muss ich... Kommt durch das Loch irgendwas... Oh... Wir können... Tunkelheit... 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 So... Mache Licht... Richtet meinen Zauber auf eine magische Feuerquelle... Und euer Wund... Ich sehe keine... Das liegt daran, dass es hier keine gibt... Verdammt! Ach nun... Hey! Hilfe! Ich bin hier ein Gesch... Rachwan! Wenn du noch am Leben bist, zeig dich! Der Verkiner scheint euch nicht sonderlich zu mögen, Prinzessin. Wahrscheinlich ist er tot. Oder er hat euch im Stich gelassen. Tja... Dunkelheit... Dunkelheit... Sohalle... Oha... Wie weit kann man denn blicken? Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Wollt ihr ihn wecken? Wollt ihr ihn wecken? Ja, das wäre nicht schlecht. Kannst du auch ihm Befehle... Dem... Dem Koloss? Ich wei... Wollt ihr ihn wecken? Ach so, den Zauber ist... Ich bin blöd. Er wache! Mit den Beinen geht er nirgendwo mehr hin. Der Wächter und sein Meister... Okay... Der Wächter und sein Meister... Der Wächter und sein Meister... Der Wächter und sein Meister... Das bringt nix... Ich bin zu weit weg... Der Koloss ist... Wecke ihn... Scharizat... Seid ihr... Ich sagte weg... Wie ihr wünscht... Oha... Der Koloss ist... Wecke ihn... Der Koloss ist... Wecke ihn... Scharizat... Oha... Reiß die Mauern ein... Sogar er ist zu schwach... Nein... Er hat nur keine Arme... Ohne einen treuen Diener... Kann sich so mancher Herrscher... Nicht einmal an der Nase kratzen... Tja... Ich bin zu weit weg... 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 das alleine brachte nichts... Pff... Ähm... Ich bin zu weit weg... Die Wächterhand... und jetzt zusätzlich noch das geht nur bei magisch der wächter und sein meister der wächter und mit dem ich habe keine aber wenn ich mache licht richtet man ich sehe das liegt da mache licht richtet ich sehe das liegt da ich sehe kein zusammen müssen irgendwie eine fackel dort reinbringen mache licht richtet man ich sehe keine das liegt da ich bin zu weit weg ich bin zu weit ich bin zu weit ich bin zu weit was bringt ich bin zu weit weg ich bin zu weit das bringt irgendwie was aber das sieht mu хотя ja das ist Ja. Ja. Es hat ja ein bisschen erfolgreich geklappt. Besser nicht. Ihr seid zu gütig. What the fuck? Besser nicht. Ihr seid zu gütig. Mach wieder dunkel, verdammt. Das hat doch vorhin schon mal geklappt. Ach so, ich bin blöd. Ich bin blöd, ich bin blöd, ich bin blöd. Ein Zauber natürlich. Ja, jetzt sieht man nur dunkelheit hier. So, jetzt haben wir da noch einen... Jetzt können wir vielleicht einen Lichtspalt und den durch... Juhu. Jetzt können wir das vielleicht aufmachen. Tja, vielleicht können wir wieder... Es werde Licht. Eine herrschaftliche Grabkammer. Das werden wir... Vielleicht können wir jetzt mit dem Stock... Ich brauche etwas Spitzeres um die Öffnung. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Von wegen. Oha. Vielleicht können wir... Nein. Verzeiht, aber Toten... Wecke ihn. Was soll er tun, Herren? Nein. Der ist heute anreißen. Da brauche ich keine... Da brauche ich keine... Er hat sie schon. Aha, er müsste ihm das mal anheben. Er hat sie schon. Und nun können wir sie vielleicht... Das geht nur bei magischen Art. Ist schon klar. So brenne. Hier ist es ohnehin hell genug. Hier bricht die Feuerschale vielleicht irgendwo anders. Ich komme nicht. Wollt ihr ihn wecken? Wecke ihn. Was soll er tun? Er ist doch nur ein Monstrum. Er ist doch nur ein Monstrum. Gibt es doch nur ein Monstrum. Aha. Ich finde, man kriegt sie... Bei ihm funktioniert jetzt. Er war der einzige Steinriese in den Hallen mit einem eigenen Willen. Mit ihm konntest du deine Spielchen also nicht treiben. Oh, das habe ich nicht gesagt. So, vielleicht können wir jetzt durch das Loch blicken. Oh, eine Feuerschale. Das können wir auch bestimmt zum Branden bringen. Fantastisch. So können wir mit den anderen Sachen interagieren. Oh, warte. Vielleicht können wir auch... Das kriegen wir hin. Fantastisch. Fantastisch. Geschafft. Muss ich euch darauf hinweisen, wie demütigend das war? Nein, das war mir schon bewusst. Ah, ja. Ich stehe stets zu... Das Kieferbein... Das Kieferbein... Das Kieferbein... Ich stehe jetzt irgendwas. Es ist zu eng um... Tja... Tja... Er ist tot. Ich weiß nicht einmal, wo ich... Tja... Verzeiht... Vielleicht können wir da auch so eine Kreise mal... Auf ihrer Insel... Auf ihrer Insel... Was muss ich... Geht tief in euch... Was... Man hat mich ver... Erinnert ihr... Und... Shazam... Wo auch immer er ist... Er hat nun Schluck auf... Ich bin deine Spielchen-Se... Hahaha... Es war doch nur Spaß... Es war doch nur Spaß... Sagte ich nicht schon, dass ich nicht weiß, was die... Ich habe eine vage Erinnerung... Ich werde es schon noch heraus... Sie wirkt nur auf Menschen... Was habe ich gerade gemacht? Erinnerst du dich in Zwits... Moment... Nein, nein... Irgendwie... Irgendwas habe ich gerade getriggert... Bis ich nicht wei... Tja... Also... Können wir den Arm wiederholen mit dem... Okay, ich habe einen Arm... Dem Arm fehlt es an Halt... Um kräftig zuzuschlagen... Er hält sich fest... Und nun... Tja... Da kommt auch er... Das bringt dir gar nicht viel... Äh... Äh... Das bringt mich nicht wahr... Ich wünsche mich gleich hier durch... Mit einem Bein... Tja... Ein süßer kleiner Wurm... Nicht wahr? Er erfüllt seinen Zweck... Vielleicht können wir durch das Loch... Irgendwie den Stock stecken... Und dann damit den Arm reinholen... Das führt doch zu nichts... Tja... Ich bin immer ratloser hier... Ich bin immer ratloser... Das ist auch eine Frage... Ich bin immer ratloser... Ich bin immer ratloser... Ich bin immer ratloser... Der Wächter kann hier nur holen, kann der vielleicht irgendwo, kann der andere Wächter vielleicht irgendwie hier aufgewickt werden und irgendwas, hat er irgendwas in Reichweite, was der schießen kann oder so. Da kommt auch E. Ihr wollt ihn wirklich? Nein. Tja. Da kommt auch E. Da kommt auch. Besser nicht. Nein. Er kann auf den Boden aufholen. Rufe den... Seht ihr nicht? Aber gebt ihm etwas in die Hand und er wird daran ziehen. Tja. In die Hand ziehen. Ich kann mir irgendwas werfen. Was dazu geben. Tja. Zwei Nüsse haben wir schon offen. Waren es nur drei, äh vier sogar. Tja. 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 Ja. 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 Ich verstehe nicht mal die gute Lösung, was sie von mir will. Wir haben hier einen Zierbogen. Der Arm kann hier was festhalten. Ja, wie könnte ich das komplett nützt, was dieser Wächter. Und der meiste Klumpf ihrer. Könnte der uns vielleicht was helfen. Hm. Der Wächter könnte dem, wenn er nicht kommt. Huha. Ja. 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 Ja.